Liebe Angelika, es freut mich so sehr, dass du jetzt Nummer 1 bist und die ganzen Beideln geschlagen hast. Ich dachte, ich hätte die Wahl schon gewonnen, aber der Schröder, der rückt mich nicht von der Pelle und der Stoiber auch nicht. Jetzt wollte ich mal fragen, von Frau zu Frau, ob du einen Ratschlag hast, wie ich mit den Männern umgehe. Natürlich, liebe Angelika, du musst sie nur bei ihrem Ehrgeiz bocken. Du musst schauen, dass sie gegeneinander Wettkämpfe machen, weil dann lassen sie dich in Ruhe und sie selbst bleiben auf der Strecke. Befolge diesen Rat, dann gewinnst du sicher. Sag mal, Schröder, wieso bist du noch in Brüssel? Hast du noch keinen neuen Job? Schröder, die Merkel hat gesagt, du bist ein Hasenfuß. Ja, Gerhard, sie hat gesagt, du bist ein Trau-mich-nicht. Ach, ist mir doch schnuppe, was Merkel da blabert, ist doch egal. Ich glaube dasselbe. Was? Dass du dich nichts traust. Ich bin ein Typ, sag's Joschka. Bei der G7 hat er den Zapatista aus Spanien, den hat er in die Fresse gehauen. Die Fresse habe ich aufgerissen oder hochgegangen aus dem Fenster raus, ne? Sag's dir nichts mehr. Das glaube ich nicht. Das habe ich gemacht. Du traust dich zum Beispiel nicht einmal hinüber gehen zum Italiener, zum Berlusconi, da drüben sitzt er, und ihm dreimal mit der flachen Hand auf den Kopf zu klopfen. Das traust du dich nicht. Macht doch, ihr Streitzähne, macht doch ein Wette, wir richtige Männer mit Einsatz. Da wette ich meinen Bundeskanzler, dass du dich das nicht traust. Der Einsatz macht mal Sinn. Hallo, Dach. Wettschulden sind Ehrenschulden und deshalb bin ich jetzt der neue Bundeskanzler von Österreich. Liebe Österreicherinnen, es ist aus mit der Gemütlichkeit. Jetzt heißt es Malochen und ran an die Buletten, nicht wahr? Fleischlabeln hast du bei uns. Olkiges Wort. Tschüssi, wir gehen die Türen auf hier. Drücken, das sind Fluchttüren im Bundeskanzleramt. Und pass du mir auf auf unser Österreich. Die Merkel hat gesagt, dass du ganz ein schlechter Skifahrer bist und noch nie auf Ski gestanden bist. So ein Blödsinn. Und wenn wir ein Rennen machen würden, dass du verlieren wirst und dich nicht einmal die schwarze Piste hinunterfahrt. Zur Blödsinn. Du, wenn ich nicht Skifahren bin, dann warte ich ja kein Bayer, sondern klar, der Preis. Ich geh jede Welt rein, ich fahr schnell als du. Gut, dann machen wir ein Rennen. Und der Wiener, der Wiener takes it all. Bei diesem Rennen. Erster! Obacht! 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 Obja, jetzt schau! So Stäuber, bitte. Gratuliere, du hast gewonnen. Kannst dir was aussuchen von mir, gell? Danke. Grüß Gott. Spielschulden sind Ehrenschulden. Und wegen dem bin ich jetzt Ihr neuer CSU-Parteivorsitzender. Sie werden sagen, ich bin kein waschechter Bayer. Aber das stimmt so nicht. Am Abend setze ich mich genauso gern wie Sie mit einem Glas Wein zum Fußballspiel und halte die Daumen für Bayern Leverkusen.